Ja, und weiter geht's! Ah, Krapfen. Nein, ich werde nicht zum Hans-Dieter. Und wenn schon, dann werde ich einer Dietlinde. Das ist die weibliche Form von Hans-Dieter. Dietlinde. So. Hier ist der Aufzug. Jetzt, wo wir das alles haben, alle beiden Medaillen, Wolf und Adler, können wir ins Labor einsteigen. Also, tun wir zuerst den Wolf. Dann der Adler. Schön. Ach, ein paar Kräuter, um mich aufzutanken. Um meinen geschundenen Körper zu tanken. So. Ja. So. Jetzt geht's mir doch schon viel besser. Und einsteigen. Hereinspaziert. Und rein in den Aufzug. Da sind wir nun. Und hier ist die Leiter für das Labor. Der unterirdische Labor. Das unterirdische Labor. Grammatik. I fail at grammatic. So. Die kann jetzt endlich weg. Schön. Und die Mode ist erstmal auch weg. Du kommst nach oben. Zu meinem Heizzeug. Und. Du. Magazin. Genau. Genau. Solange ich keine neue Schrotmonie habe. Ja. Müssen wir so weitermachen. Ja. Ich hab ein wenig wirklich den Drang, das Spiel durchzuzocken. Okay. Der ist tot. Okay. Schön. Ah. Der kotzt. Was fällt dem ein, mich an, kotzen zu wollen? Also ich sag mal so. Wie gut, dass ich rechtzeitig weggelaufen bin. Also echt mal. Was für ein Rüpel. Wollte der mich doch tatsächlich ankotzen. Das geht ja mal gar nicht. Ei, 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 ei. Leute von heute. Kein Anstand. Vermischen? Ja. Geh weg von mir. Genau. Genau. Ich glaub's ja wohl nicht. Wollt ihr genauso eine Aktion machen wie der eine, Frick? Hä? Okay. Jetzt sind die alle tot. Gott sei Dank. Und hier ist noch eine Modisk. Die nehmen wir an uns. Und wir sind glücklich. Tun wir jetzt erst mal... Na? Ich darf doch bitten, Chris. Was geht denn mit dir? Einfach mal irgendwo stecken bleiben. Oh, oh, oh. Oh, oh. Entschuldigung. So. Was raus ist, muss raus. Also. Schön Sachen verstauen. Was ist das Problem, wenn man erkält, dass es ist? Die Niesrate ist jetzt um einiges höher bei mir. Gott sei Dank läuft meine Nase nicht verrückt. Wie verrückt. I, Zwitterzombie! Na, geh rein! Ich wollte schon sagen. Äh, jetzt habe ich... Moment, Scheiße gebaut. Da wollte ich noch gar nicht hin. Fail! Du bist schon in... Du machst schon Sachen, die du gar nicht machen wolltest, Mädchen. Alter, nee. Zum Glück habe ich genug, Muni. Na? Geh durch die Tür, Junge! Es kann ja wohl unmöglich so schwer sein, durch eine Tür zu gehen. Oder? Ein Schalter ist da. Drücken? Ja. Ja. So. Was finden wir alles? So Wunderschönes. Ob jemand dies erst kürzlich benutzt hat? Wow. Unbelievable. Mehr Magazin? Schön. Ah. Kräuter. Das ist immer gut. Kräuter sind immer gut. Und da war ja dieses eine Bild. Dieses... Recht schöne Bild da. Ach, ja. Ah, Moment. Der Brief, genau. Einfach weil, wegen, Zeug sammeln. Brief eines Forschers. John. Ada. Die müssen wir uns merken, die Namen. Betätigen? Ja. Diese komischen Symbole und der... Oh mein Gott. Die komischen Symbole vom Bild haben sich plötzlich in Buchstaben verwandelt. Ah, da ist sogar noch mehr Magazin. Schön. Aber mehr ist da nicht. Schade. Es ist... Ja, schade. So. Jetzt gehen wir in den einen Raum. Voralligkeit. Oder... Ich wollte schon sagen, stirb endlich. Oder ist das so schwer zu sterben? Blöde Zwitter-Zombies. Nicht, dass ich... Nicht, dass ich irgendwas gegen Zwitter hätte, aber... Die sind ätzend. Und... Die Dias. Nehme ich schon mal an mich. So. Und den Computer einschalten. Anschalten. Ja. Schaut mal, was für Riesenhände Chris hat im Vergleich zu Jill. Alter. Fällt nur noch mit so einer Ansage. Die Finger, die sie zum Wählen benutzen, sind zu fett. Um eine spezielle Wahlrichtung zu bekommen, drücken sie jetzt mit der ganzen Handfläche auf das Nummernkarree. Ähm. Ja. John. Passwort. Ada. So. Ah. Ja. B2. Dada. 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 Okay. Permission denied. Try and a password. Nehme ich von diesem Bild Verified Yes Da freut sich Chris B3 Na bitte Ja Daumen hoch Und Cancel Aufhören Ja Vor allem das Spiel ist auf Deutsch gehalten Aber die Befehle am Computer sind auf Englisch geblieben Hmm How interesting Schnell an dem vorbei Einfach weil ich es kann Und wieder nach oben Kraxeln Ähm Oh ich halte mich jetzt schon ganz gut Das ist schön So und hier kriege ich Das nächste Zeug Projektor Und die sind für die Dias Umbreda Ink Biowaffen PR Material Cerberus Neptune Hunter Sind die hässlich Und Tyrant Adias Evelyn Den hab ich schon auch schon lange nicht mehr gesehen Und wen haben wir da Oh mein Gott Das ist Wesker Wesker gehört zu diesen Typis Na Bist du wohl Schalterschrank Öffnen Ja Ein Schalter Drücken Ja So That's what we need Ein Laborschlüssel So Mehr war da auch nicht Töte 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 Nö Ö Ö Schönes Laufen Flüssiges Laufen Sieht anders aus Ja komm her Ja Ja reicht auch mal Ich kann dich doch nicht Endlos lange Totschießen Und hallo Du bist ja auch noch da Zwitterzombie say Na Gott sei Dank So Na bitte Das einfach mal kombinieren Weil ich's kann Wenn man schon die Gelegenheit hat Komm Ich wollte schon sagen Kommst du wohl her Der allererste Normale Zombie So Jetzt bist du ein toter Zombie Ach ja Ich hab genau gesehen Dass du noch am Leben warst Dich tue ich jetzt auch einfach schießen Hat sich erledigt Hat sich erledigt So ist das richtig Ach ja So und der wunderschöne Raum Was werden wir jetzt hier für Sachen finden Außer Green Scout Da freue ich mich Kombinieren Of course Of course sir Und was ist hier Und was ist hier Ach Magnum Geschoss Schön 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 Und mehr war da nicht Schade Nun gut Ähm Das packe ich mal weg Dich tue ich Hier rein Zum kombinieren Diese wunderschöne entspannende Musik Das ist so toll Ähm Ich verfolge ein Ziel Ähm Und dafür brauche ich Da bist du ja Weil in den Raum Den ich gleich betreten werde Finde ich wieder Schrotmonie Das ist gut Das ist gut So Zwei von den Kumpels Da einpacken Brauche ich noch was Hm I think not Fürs erste Dürfte reichen Weil Nicht vergessen Dieser eine Killerraum Der ist so Boah Will ich schon mal Mich absichern Mit Entsprechendem Entsprechendem Zeug Da Da ist es Mein Schatz Mein Schatz Sofort einsetzen Ich meine Wie viele waren jetzt da drin In diesem einen Horrorraum Okay So Jetzt war da diese Geschichte Ähm Nämlich müssen wir das Machen Damit wir nicht gleich Von Giftgas Überrascht werden Sehr gut Ähm Wie war das jetzt? Doch nicht da nach vorne laufen Bist du verrückt Jetzt vor allem Wo ich es mich umbringen kann Das dauert so endlos lange Das ist scheiße Kommt der jetzt überhaupt da durch? Ja What a fail Noch ein bisschen was Machen Na Gehst du wohl durch? Mein Gott Chris So Dürfte jetzt durchgehen Oder Chris Zu weit Ja Ja wie ich jetzt erstmal lange brauche Um die richtige Position zu kriegen Schön Aha So sieht's doch Mein Gott Das wird noch ein bisschen dauern Ach Gott Das wird noch eine Weile dauern Kurze Pause und dann geht's weiter See ya guys Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal